Mein Name ist Hans Kerk, ich komme aus Marburg. Ich bin seit 1980 auf der Lünchen West- bzw. Weihnachtsmarkt. Wir verkaufen hier Crêpes, Crêpes ist ja wohl bekannt, mit einer anderen Zutaten. Was würden Sie den Lünern empfehlen? Am meisten wird Nutella genommen, zu 80%. Danach kommt Zucker, Zimt und Käse, Schinken. Das sind die meisten Crêpes, die genommen werden. Was ist Ihr Favorit? Mein Name ist Zucker, Zimt. Das Besondere am Lüder Weihnachtsmarkt ist wohl das Flair hier, dass man hier in Ruhe bummeln kann, nicht wie in Dortmund. Und die Leute sind davon überzeugt, dass sie in Ruhe an die Stände können, in Ruhe über den Weihnachtsmarkt gehen können mit den Kindern. Die werden jetzt doppelt durchschmecken. Der wird jetzt doppelt durchschmecken. Und dann wird natürlich auch die Gänse, die Gänse, die Gänse, die Szépen, der 1.000 Meter, der 1.000 Meter. Und das ist auch ein bisschen menschlicher. Vielen Dank.